Irgendwie ist mein Hinterrad weg, der Druckpunkt. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? War nix mit dem Hinterrad eben. So läuft es einfach geradeaus, oder? Äh, geradeaus, nächstes links. Und dann immer geradeaus bis zum Aussichtsfeld. Und dann geht es selber drinnen, Treppen, technisch. Weil ich will ein bisschen lernen Hinterradversetzen und so. Ja, links rum geht einigermaßen, aber rechts rum habert es noch. Ah, ich krieg's, hab's nicht gekriegt. So, so, so. Egal! Hey! Hey! Hab doch gesagt, links rum! Ach, das links! Ah, das links! Ah, das links! Ah, ja! Nicht das Frauen links! Das Männer links! Und da nun an dann geradeaus! Hä? Da nun an geradeaus! Da nun an geradeaus! Da nun noch geradeaus? Ja, ja, zieh vorbei! Okay! Es tröpselt! Ja, die Kurve ist ein bisschen... Gehts! Gehts! Geht! Einfach laufen lassen! Ich hab mir das auch gerade gedacht, Alter! Geil! Sideways halt, ne? Ja, geil! Wow! An den kannst du mich gar nicht mehr erinnern! Ja! Ich glaub links rum ein Efferer gewesen! Ja, das kann jetzt! Jetzt gehts noch in eine Richtung! Geradeaus und dann rechts rum runter! Kann noch in eine Richtung gehen! Oh! Schockenstoch! Okay, das Eck ist kacke! Gehts? Ja, ja! Scheiße! Ist der der gefahren eben da? Ja! Ja! Mit bisschen Schwung ist es ja... Egal wo! Pedal aufgesetzt! Rechts rum! Dann! Rechts! Ja! Geht! 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 Die erste Kurve ist ein bisschen kacke! Tut mir leid! Okay! Ich glaub wir hätten auch... Ja! Ich wollte das schon runter springen! Ja, das war auch so... Eigentlich kennst du von der... Das wird eigentlich schon von der Schräge! Scheint schon einer gemacht zu haben! Er ist ohne! Ja! Alles okay? Ja, ja! Ach, wenn du enden im Weg liegst, lauf ich halt mal! Ja! Du da! Du da! Du kommst ja jetzt mal! Du kommst ja mit dem Ding ja nicht mal runter, Alter! Das ist ja so gut! Wo war denn noch mein Lecker? Was ist denn? Ja, Lecker als Steck! Ja, ja! Aber so ist das jetzt halt so, weh! Gut, dass ich den Panzer habe, weil das... Ich brauche mich nicht auf die Fläche! Ich bin da, ich bin da, ich bin warm! Ja? Ich brauche mich auch nicht! Es geht! Es geht! Hä? Hä? Du da? Link? Ja! Doch! Ja, ich kann leider... Ah! Komm! Wenn's alle machen! Na, alle hopp! Das geht auf alle Fälle geht's! Ich hab schon gesehen, damit's geht! Ja! Alter, was ein Wind! Ah! Scheiße! Ah! Wie ist die da drin? Ja, vorne kommt der Moog, glaub ich! Spitzkercher! Ja! Ja, die Treppe sind halt eklig noch dazu! Ja, die Treppe sind halt eklig noch dazu! Ja, gut, der ist noch dran! Ab! Ja, das ist ein Baum! Ja, das ist ein Baum! Ja! Ähm! Hätten wir halt abgekürzt! Ja, ja! Ah! Scheiße! Sechs mal komm, ist zu gut ohne Fahrrad! Ja, Mann! Walking Downhill! Nein! Nein! Ja! Ah! Scheiße! Ja, die Ecke ist ziemlich kacke hier beim Rausfahren! Liegt, liegt, liegt! Achtung! Scheiße! Ja, du kannst aber auch... Du könntest auch hier theoretisch droppen! Ja, wird steil, aber wird auch gehen! Wär steil, wird aber auch gehen hier runter! Aber fahr da hin runter! Ja! Geradeaus, geradeaus! Geradeaus! ... ... ... ... So, so wenig Schwung oh ah fuck mein Bein Krampf war nur Lenker scheiße voll Krampf gekriegt irgendwas war voll gezogen fuck was war das eben Moment wenn du mit deiner 510 nimmst aus deiner Pedale rauskommst ich weiß immer mal Fusslein positionieren den kriegen gar nicht alle ja oben das eine Stück ist ein bisschen eng geil ne der komplette Weg ist so eigentlich von oben von der hohen Lok runter der sogenannte Hasenpfad ah ah oh ah scheiße ah 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 oh spaßverderber ah immer diese spaßverderber hier ah 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 und jetzt wieder rechts ja ja passt scheiße wart ihr gefahren ah 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 Ich hole dich, ich hole dich, ich schufe dir die Banken! Straut im Boden nicht so, wenn er feucht ist! Alter! Ja, definitiv braucht der! Ja, ich hole dich! Oh! Alter! Ja! Du Trifftsau, du! So, rechts rum! Ja! 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 Ja!